Ich bin Zangele und Band und wir freuen uns, dass wir heute hier eingeladen wurden zu Citizons. Ich bin Zangele und Band und wir freuen uns, dass wir heute hier eingeladen wurden zu Citizons. Ich bin Zangele und Band und wir freuen uns, dass wir heute hier eingeladen wurden zu Citizons. Ich bin Zangele und Band und wir freuen uns, dass wir heute hier eingeladen wurden. Ich bin Zangele und Band, der vom Herzen her kommt, der viele Leute berührt. Man sieht es auch bei den Live-Konzerten, dass die Leute einfach sagen, es ist eine wunderschöne Nummer. Und es ist natürlich schon eine gewisse Ehre für uns, dass wir solchen Superstar wie zum Beispiel Helene Fischer auf Platz 2 verdrängt haben. Du hast mir vorher schon erzählt, du hast die besten Musiker in deiner Band und wer sich auskennt, der hört das auch. Was würdet ihr meinen, macht das aus, wenn man zu acht in einer Band ist im Vergleich zu weniger Musikern? Ich glaube, wenn ich kurz was sage, wichtig ist so, dass man einfach mitsammeln musiziert. Nicht alleine am Instrument zeigt, was alles möglich ist, sondern einfach auf den anderen hören, eingehen drauf, Ideen entwickeln. Und so kommt dann halt, wenn wir Kabern spielen wir nicht eins zu eins die Sachen, sondern wir überlegen sich ein eigenes Arrangement. Ich glaube, man kann stolz drauf sein, oder ich bin persönlich stolz auf meine Band und auf meine Mädels und Jungs, weil wir an einen Strang ziehen und ich glaube, das macht dann auch den Erfolg aus. Und das ist das Geheimrezept für zehn Wochen Platz eins vor Helene Fischer, um das zu beantworten, was du vorher gefragt hast. Ja, wir gehören einfach zusammen, Hand in Hand, für immer, immer, immer. Das Gefühl wird gewinnen, wir sind Herz und Verstand mit einer Hand, Hand in Hand. Es wird dann erst mit der Zeit so richtig klar. Für jeden Tag bin ich dankbar, ehrlich wahr. Du schenkst mir so viel Herzlichkeit, die allerschönsten Jahre. Wenn du nicht weißt, na, ich stelle ich mir nicht vor. Ganz egal, wo's kommt, durch jeden Ring und Sturm. Wir gehören einfach zusammen, Hand in Hand, für immer, immer, immer. Wir hoffen und schimmern, wir sind Herz und Verstand mit einem Angst, Hand in Hand. Nein, fürchte nicht vor schwere Zeiten, du weißt, ich stehe auf deiner Seite und werde dich bis zum Ende begleiten. Ja, glaub mir, es dann, halte ich deine Hand, deine Hand. Es geht nur miteinander. Wenn sie da so auf eure gemeinsamen Jahre zurückblickt, was ist da für euch die schönste Erinnerung als Band? Da waren einige Momente, aber ich glaub, ein ganz besonderer Moment, glaube ich, Richie war für dich ein Konzert, oder? Ja, also ich fand's eigentlich im kleinen Rahmen zu spielen recht spannend damals. Da haben wir nur im Lockel gespielt, oder nur. Das ist halt ein kleiner Club in den Stadtbahnbögen, da in Wien. Und das war wirklich ein sehr schönes Konzert, weil das Publikum ist sehr nahe in den Clubs, nicht so weit weg wie bei großen Open-Air-Konzerten. Als Drummer kriegst du das oft gar nicht mit, was da vorne passiert im Publikum. Und es war sehr harmonisch, haben wir sehr gut gespielt den Gig damals, und der ist mir gut in Erinnerung geblieben. Aber ich finde auch, dass der Videodreh in dem Schloss zum Beispiel war ganz, ganz toll, den wir hatten. Wo es ziemlich kalt war. Es war saukalt, aber Roman und Family haben uns super betreut und verköstigt, und ich weiß nicht, und war super Location, und das fand ich auch sehr spannend. Also das war super. Tolles Erlebnis. Schloss, wie heißt's nochmal? Schloss Seibersdorf. Wer es nicht kennt, bitte unbedingt, man kann es aber gar nicht anschauen. Am YouTube-Video sieht man es von Hand in Hand. Schloss Seibersdorf, ein Geheimtipp. Sehr schön. Ja, aber ich finde auch die großen Konzerte, auf die großen Bühnen, auch das hat was. Und man sieht zwar jetzt nicht die einzelnen Leute so im Publikum, weil es einfach eine Masse ist, aber man merkt einfach, ob diese Masse mitgeht oder nicht, und das ist dann immer ein schönes Erlebnis, wo man merkt, hoppala, da kann man doch einiges bewegen. Und natürlich, der Besuch bei euch wird uns auch in Erinnerung bleiben. So weiß ich. Wir sind geehrt. Dankeschön. Die Gitti hat vorgegriffen, das wollte ich jetzt gerade sagen. Okay, ja. Ich sag's dir, es läuft halt immer alles rund. Ich sag's dir, das Leben ist halt immer bunt. Ich sag's dir, ich sag's dir, ich sag's dir. Nicht alles ist ein Wunschkonzert, doch solang man sie doch spielt, kann man nicht verlieren. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Saxophon. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Saxofon. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff.